Endlich kommt das Duell, wo die ganze Schweiz schon seit Jahren darauf wartet. Ja, ja. Absolut. Ein anderes Wort für mit dem Johnny Fischer. Ich komme jetzt hier oben bei der Hand. Meine liebste Frage übrigens, immer wenn ich nur immer allein bin, muss ich den Mann fressen. Warte, 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 warte. Wo? Ist jetzt der Mann? Für die, die nicht wissen, wie das Spiel funktioniert, die Lausch hinter der Kamera sagt Wörter und wir müssen ein anderes Wort dafür sagen. Wenn wir es richtig haben, bekommen wir einen Punkt, wenn nicht, dann nicht. Fakt, das war ein bisschen schnell. Ein bisschen Unterhaltung für die Zuschauer hier in der Schweiz. Ich ziehe meine Brille an und dann komme ich los. Ach, herrje. Gut, das ist drei Punkte für mich schon jetzt einmal. Okay, wir fangen einfach an. Wetter. Meteo. Nein, sicher nicht. Verkehrslage. Was einfach? Stimmst du? Aussen. Nabel. Nein, nein. Es gibt nur eins. Es ist draussen. Was ist heute? Stimmung für eine... Wetterlage. Wind. Regen. Nabel. Sonne. Greta. Thunberg. Nein. Klimawandel. 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 Weißt du jetzt den? Nein. Hast du immer noch das Gefühl, dass wenn man wie er läutet, dass man ist, desto schneller ist man? Hund. Tier! Tier! Äääääääääh! Ich habe es kapiert. Laut und neäh! Ich weiß gar nicht, was ich da noch gross dazu sagen soll. Tierbeiner! Nein. Vierbeiner? Nein, das habe ich schon lange gesagt. Du schmerzt ja einfach hinten rein. Krüter! Krüter! Yes! Gibst du irgendetwas, gibt es für dich etwas anderes als YouTube? Nein. Eben offenbar. Was kann ich auch sagen, oder? Ein anderes Wort für Frauenarzt. Oh, uh, uh. Ich bin Fachbegriff. Äh, Ornithologin, nein. Nein, das ist Frauenarzt. Ja, ich wei... Nein, warte schnell. Pathologin. Nein, das sag ich. Du spinnst doch. Urologe, aber das ist beim Mann. Ich habe das gerade gesehen, du letztens. Ich bin letztens erst gerade gegangen. Zum Frauenarzt. Du musst es auflösen. Genau. Gynäkologin. Ah, ja scheiße. Gynäkologin. Ein anderes Wort für Geschenke. Präsent. Für Beibringseli. Mit Bringseli. Mit Bringseli. Mit Bringseli. Ja. Ein anderes Wort für Lavabo. Wäschbecken. Händwäschbecken. Äh, Lavabo. Händwäschbecken. Händwäschbecken. Den haben wir scheiße rausgefunden eigentlich. Handbrunnen. Wäschbrunnen. Brunneli. 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 Ja, ich habe es auch schon gehört. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. Ein anderes Wort für Durchsichtig. Durchfall. Äh, nein. Farblos. Farblos? Ja. Hä? Hä? Ein anderes Wort für Synonym. Ähnlich. Verschieden. Verschieden. Nein, nicht verschieden. Namensfetter. Sinnähnlich. Ja. Huuu. Was? Nimm sie ab. Nimm sie ab. Nimm sie ab. Ein anderes Wort für Fotos. Bild. Fotografie. Polaroid. Schnappschuss. Ja. Immer wenn etwas gewonnen ist, haust du die Brunnel an und verlierst du wieder. Okay. Ein anderes Wort für Gleis. Schienen. Schienengleis. Fahrschienen. Nein. Zugschienen. Schienenverkehr. Schienenverkehr. Nein. Nein. Schienenverkehr. Ist sicher für Gleis. Das ist ein Zugverkehr. Ja. Zugverkehr ist dein Verkehr. Lass uns. Wenn du irgendwie da ein Pero ohne Sex hast, dann ist das Schienenverkehr. Aber nicht. Ma, ma. Also. Über... Hotel. Übernachtungsmöglichkeit. Es könnte jetzt alles sein. Ja. Und bei dir könnte es jetzt alles sein. Ja. Wenn es gleich ist wie vorher, dann kann ich jetzt wirklich sagen Schmetterlingsrügel. Gastronomie. Gaststätte. Gaststätte. Gasthaus. Hä? Was mit der Bühne verliert man immer? Ein anderes Wort für Stein. Pierre. Rock. Nein, das ist ja... Felswaldberg. Felsblock. Mountain. Fels... Abbruch... Stell... F*** In... Nein, nein. Fels... Trü... Fels... Trümmer. Fels... Trümmer. Ein anderes Wort für Stein. Ein anderes Wort für Cap. Kappe. Snapbag. Nein. Sonnenhütli. Hues. Dächlikappe. Snapbag. Ja. Wer ist jetzt Jan? Ah, der ist jetzt auch ein YouTube-Star. Das ist der geilste YouTube-Kanal. Oder... Absolut nicht. Ein anderes Wort für Auto. Karre. Motorkraftfahrzeug. Automobil. Pkw. Das habe ich sogar gesagt. Personenkraftfahrzeuge habe ich schon länger gesagt. Ein anderes Wort für Musikboxen. Boxen. Pkw. Dann nehmen wir zuerst das gleiche Zwei mal sagen. Ähm... Lautsprecher. Pkw. Ich habe Pkw. auf den Scheiss. Ein anderes Wort für Sex. Miteinander schlafen. Rummen machen. Ich muss das alles bieben. Pkw. 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 Komma Sex. Haben wir ja oft. Der sewig Komma Sex. Ich bin jetzt drauf. Pkw. Pkw. Bedeutet ich tu bevor Pkw. Und hoffe dass das Gegenüber nicht schwanger wird. Das ist coitus interuptus. Aber das ist latinisch. Schweizer YouTube-Szene. Also das ist wirklich völlig lost. Ein anderes Wort für ein junges Schwein. Ferkel? Ja. Ja, logisch. Also du musst mich jetzt einfach fragen. Ein anderes Wort für Parfüme. Duftnote. Duftnote. Äh, Duftwasser. Ja. Ein anderes Wort für die Heimat. Heimatort? Äh, Wohnort. Aufwachsort? Geburtsort? Ja. Man kann auch Aufwachsort sagen, muss man ehrlicherweise sagen. Da habe ich ja tätowiert, da Aufwachsort gegeben. Sympathisch. Ein anderes Wort für Bettbezug. Du weh. Du weh, die Chabelle immer noch mal gönnen. Bettanzug. Ähm, Bezug. Eigentlich ist Bettzug. Abkürzlich für Bettanzug. Ja. Ist mir ganz aufgefallen. Leintuch. Leintuch. Das habe ich gemeint. Ein anderes Wort für Zeitspanne. Absprich. Timeline. Zeitfenster. Dekade. Frauen haben jeden Monat... Periode. Periode. Ich bin schnell gewesen. Ja, aber ich habe sie ja wie eingeflüstert. Einfach Lübber gewesen. Ein anderes Wort für Arbeit. Schaffen. Bügeln. Ja, bügeln. Ich bin nie mehr im Bügeln. Leute, was ist das für ein Video gewesen, die haben gerade eingeblendet gehabt, wer gewonnen hat? Das ist der Turnier, der Turnier. Ja, dir auch. Wenn ihr nochmal eine Runde seht, ein Röberost vielleicht irgendwann in den nächsten 10 Jahren, dann ergeben dem Video jetzt ein Like, schreibt einen Kommentar. Und ganz wichtig. Was muss man aktivieren? Geht auf YouTube. Von was sprachst du? Ich habe gemeint, das Spiel ist fertig. Ja, ja. Was muss man aktivieren auf YouTube? Das weiss ich doch nicht. Was muss ich aktivieren? Ich mache ja nichts. Glocken. Ja, was Glocken aktivieren? Ich habe doch Mühe, wenn ich jungen Menschen sage, geht euch die Glocken aktivieren. Dann habe ich Lampen nachher. Hört nicht zu. Ah, jetzt schreit das halt nicht mehr Schweizerdeutsch. Glocken aktivieren, gebt dem Video ein Like. Schaut bei ihm vorbei. Auf Instagram. Oder? Ja, ja. Schaut bei ihm auf Instagram vorbei. Und bei Larust. Die Links sind hier unten in der Beschreibung. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.